Ja, herzlich willkommen zu den CAATV News aus dem Juni. Mexiko. Cannabisverbot ist verfassungswidrig. Mexikos oberster Gerichtshof hat das gesetzliche Verbot des Konsums von Cannabis für verfassungswidrig erklärt. Fünf entsprechende Passagen im allgemeinen Gesundheitsgesetz des Landes seien unzulässig, entschieden die Richter am Montag mit neun zu zwei Stimmen. Das Rauchen und das anderweitige Konsumieren von Cannabisprodukten ist damit allerdings nicht im Allgemeinen freigegeben, sondern es müssen Genehmigungen bei der staatlichen Kommission zum Schutz von Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Der Handel bleibt zudem verboten. Das Gericht rief das Parlament am Montag erneut auf, ein solches Gesetz zu verabschieden. Sollte dieses zustande kommen, wäre das nordamerikanische Land nach Uruguay und Kanada erst der dritte Staat weltweit, in dem ein landesweiter legaler Cannabis-Markt entsteht. Mit rund 126 Millionen Einwohnern wäre der mexikanische Markt bei weitem der größte. USA. Amazon unterstützt Cannabis. Ja, der Versandhändler Amazon unterstützt einen Gesetzesentwurf in den USA zur Legalisierung von Cannabis im ganzen Land. Eine Vorgabe, Mitarbeiter auf die Droge zu testen, soll zudem wegfallen, wie der Konzern mitteilte. Wir hoffen, dass andere Arbeitgeber sich uns anschließen und dass die Politik dieses Gesetz schnell beschließt, schrieb Dave Clark, Leiter des globalen Vertriebs von Amazon am Dienstag in einem Blogbeitrag. Ja, und dann noch eine Meldung aus Tschechien. Da gibt es einen neuen Gesetzesentwurf. Und zwar ein Gesetzesentwurf, der den THC-Grenzwert für Industriekampf auf volle 1,0 Prozent festlegt, die Voraussetzungen für die legale Vermarktung von CBD-basierten natürlichen Extrakten als Lebensmittel schafft, wurde von der tschechischen Abgeordnetenkammer genehmigt. Diese Änderungen sind in einem umfassenderen Gesetz enthalten, das auch den lizenzierten Anbau, die Verarbeitung und den Export von medizinischen Cannabisprodukten legalisieren würde, ein wichtiger Meilenstein für die tschechische Cannabisindustrie. Auch im Rahmen der vorgeschlagenen Änderungen würde die Vermarktung von Extrakten wie Isolaten und Tinkturen erlauben, was den Weg für die legale Vermarktung von CBD-basierten Extrakten als Lebensmittel freimacht. Nachdem die Europäische Union letzten Jahres ihre Leitlinien zu natürlich gewonnenen CBD klargestellt hatte. Dann noch eine Meldung aus Dänemark, Anbau von medizinischem Cannabis. Das Parlament in Kopenhagen stimmte in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit für eine dauerhafte Genehmigung des Anbaus von medizinischem Cannabis. Die Erlaubnis war ursprünglich an ein vierjähriges Pilotprojekt zur Verschreibung von Cannabis an dänische Patienten gebunden, was in diesem Jahr ausgelaufen wäre. Dieses wurde nun um weitere vier verlängert. Beide Programme wurden nun gesetzlich entkoppelt. Damit geht für die Produzenten eine Phase der Unsicherheit zu Ende, die nach Darstellung der Vorsitzenden der dänischen Cannabisindustrie Marianne Nielsen in den vergangenen Jahren etliche Interessenten vom Einstieg in den Anbau und der Weiterfahrbahn von medizinischem Cannabis abgehalten hat. Deutschland. Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt entgegen Sense Seeds. Der CEO der Firma Sense Seeds hat ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Dortmund erhalten, in dem ihm unerlaubter Einfuhr und gewerbsmäßiger unerlaubter Handel mit BTM vorgeworfen wird. Ebenso sind zahlreiche Bestellungen deutscher Kunden auf dem Schreiben angeführt. Mit dem Verkauf von Cannabis-Samen finanzierte er sich seinen Lebensunterhalt. Die erforderliche behördliche Erlaubnis dafür habe er nicht. Es wurde im Brief um eine schriftliche oder mündliche Stellungsnahme gebeten. Wir gehen davon aus, dass dieser Vorwurf so nicht haltbar ist. Der weitere strafrechtliche Verlauf bleibt abzuwarten. Ja und dann noch eine Meldung aus Litauen. Litauens Seimas, also das Oberhaus des Parlaments, hat mit überwältigender Mehrheit eine Reihe von Änderungsanträgen verabschiedet, die klar die Absicht zeigen, die Produktion und den Verkauf von Produkten aus allen Teilen der Handpflanze zu erlauben. Während spezifische Regeln im Laufe des nächsten Jahres entwickelt werden sollen, könnte die vollständige Legalisierung von Industrie zu 100 Millionen Euro Umsatz ansporen, sobald die Dinge geklärt sind, so die Befürworter des Gesetzes. Die Änderungen, die am 20. Mai vom Landwirtschaftsministerium verabschiedet wurden, ergänzen ein bestehendes Gesetz von 2014, das den Hanfanbau regelt. Es würde die Herstellung und den Verkauf von Produkten legalisieren, die aus zertifizierten industriellen Hanfsorten gewonnen werden, die nicht mehr als 0,2 Prozent der Erzieh enthalten. Das Parlament verabschiedet die Änderungen mit 92 zu 8 Stimmen, wobei sich 18 Abgeordnete enthielten. Die Maßnahmen warten noch auf die Unterzeichnungen durch den litauischen Präsidenten. Ja, und noch was Allgemeines. Wir möchten euch nämlich noch darauf hinweisen, dass ab Juli die ersten Messen wieder stattfinden. Zuerst ist es die Canna Trade in der Schweiz, also im Juli. Und dann die Mary Jane in Berlin, die ist im Oktober. Und danach die HempExpo in Wien im November. Sollte sich die Lage nicht wieder verschlechtern, was wir alle nicht hoffen wollen. In diesem Sinne, macht es gut, abonniert uns, stellt die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wer uns gerne unterstützen möchte, darf dieses gerne mit einer Mitgliedschaft tun. Bis dahin, alles Gute.